In Deutschland gibt's morgens für die meisten nur eine Devise. Kaffee muss her. Rund 72 Prozent der Deutschen starten ihren Tag mit einer Tasse. Und Kaffee ist bei uns nicht einfach ein Getränk, sondern ein Kulturgut. Jährlich schlürfen wir stolze 450 Tassen pro Person. Das sind etwa 5,4 Kilogramm. Insgesamt gehen in Deutschland fast 480.000 Tonnen über den Tresen. Vier Tassen am Tag sind der Durchschnitt. Und Kaffee schlägt dabei sowohl Mineralwasser als auch Bier haushoch. Trotzdem belegen wir nur den achten Platz in Europa, während Luxemburg, die Niederlande und Skandinavien ganz vorne liegen. Was macht Kaffee so unwiderstehlich? Klar, Geschmack und Geruch spielen eine Rolle. Aber das Ganze hat auch was Emotionales. Für viele ist der erste Kaffee des Tages ein heiliger Moment der Ruhe. Die Bohne selbst hat eine faszinierende Reise hinter sich. Sie kommt ursprünglich aus der äthiopischen Region Kaffa und von dort schaffte sie es im 14. Jahrhundert nach Arabien, im 16. Jahrhundert ins Osmanische Reich und schließlich im 17. Jahrhundert nach Europa. Zunächst war Kaffee in edlen Gesellschaften beliebt, doch bald wurde daraus ein Volksgetränk. Die Europäer bauten Kaffee später in ihren Kolonien an, von der Karibik bis nach Südamerika. Wichtig, Kaffee ist nicht gleich Kaffee. Es gibt über 90 Arten, aber die Stars sind Arabica und Robusta. Arabica ist die Königin der Kaffeebohnen, besonders reich an Aromen, die je nach Anbaugebiet variieren. Dann gibt es natürlich auch noch viele Sorten, die sich durch Anbau, Verarbeitung und Röstung unterscheiden und dadurch ein buntes Spektrum an Geschmäckern bieten. Was die Zubereitung betrifft, haben wir die Qual, ob Filterkaffee, Espresso, Cappuccino oder Latte Macchiato. Für jeden ist etwas dabei. Der Mocha zum Beispiel enthält doppelt so viel Koffein wie Espresso. 65 Milligramm pro 25 Milliliter im Vergleich zu 30 Milligramm. Interessant ist auch der Gesundheitsfaktor. Studien, unter anderem der Harvard Medical School, haben ergeben, dass Filterkaffee am besten verträglich ist, da schädliche Stoffe gefiltert werden. Industrielle Röstmethoden bei hohen Temperaturen können den Kaffee hingegen belastender für den Blutdruck machen. Trommelröstungen bei niedrigerer Temperatur sind daher eine schonendere und aromatischere Alternative. Der Geschmack des Kaffees hängt von vielen Faktoren ab, wie der Art der Bohne, den Aromen, die sich im Anbau entwickeln und den Anbaubedingungen. Auch Boden, Höhenlage und Klima machen jede Bohne einzigartig und verleihen ihr einen unverwechselbaren Charakter. Kaffee ist aus dem Alltag vieler Menschen kaum wegzudenken und genießt ungebrochene Popularität. Der Geschmack einer Kaffeebohne ist jedoch alles andere als simpel. Er entsteht durch einen komplexen Prozess, bei dem die Röstung entscheidend ins Spiel kommt. Die sogenannte Meyer-Reaktion, die beim Erhitzen der Bohne stattfindet, lässt markante Aromen, aber auch Bitterstoffe und Säuren entstehen. Interessanterweise entwickeln sich die Aromen in der Anfangsphase der Röstung besonders intensiv, bevor sie bei längerem Rösten wieder nachlassen. So ergibt sich ein geschmackliches Gleichgewicht, das Kaffeekenner zu schätzen wissen. Von blumig und fruchtig bis zu schokoladig und nussig. Für jeden Gaumen ist etwas dabei. Doch Kaffee ist mehr als nur ein Genussmittel. Er steckt voller wertvoller Inhaltsstoffe wie Magnesium, Kalium und Vitamin B3. Sekundäre Pflanzenstoffe, darunter Polyphenole und Alkaloide, wirken als Antioxidantien, die freie Radikale in Schach halten. Jene Freiheitsliebenden, die Zellen angreifen und als Mitverursacher von Krankheiten wie Krebs- und Herz-Kreislauf-Problemen gelten. Zudem gibt es immer mehr Hinweise darauf, dass Kaffee den Zucker- und Fettstoffwechsel sowie die Darmgesundheit positiv beeinflusst. Damit nicht genug. Durch die Anregung des gesamten Stoffwechsels könnte er sogar beim Abnehmen eine helfende Rolle spielen. Moderne Forschung hat nun ein spezielles Protein namens mTOR ins Visier genommen. Dieses Molekül beeinflusst, wie schnell unsere Zellen altern. Wenn mTOR aktiv ist, läuft der Alterungsprozess quasi auf Hochtouren. Aber Kaffee könnte hier bremsen, indem er mTOR abschaltet und somit einen verjüngenden Effekt erzielt. Das macht Kaffee in gesundheitlicher Hinsicht faszinierend, wenngleich mit ein paar Vorbehalten. Denn der wichtigste Inhaltsstoff, das Koffein, ist kein Leichtgewicht. Es ist eine psychoaktive Substanz, die auf den Kopf und den Körper wirkt. Kaffee und Koffein zeigen erstaunliche Effekte auf unseren Körper, die durch chemische Reaktionen im Nervensystem ausgelöst werden. Koffein kickt Stresshormone wie Cortisol und Adrenalin an und zack, Herzschlag und Blutdruck ziehen an, während die Nieren ein bisschen extra Einsatz zeigen. Die Vorstellung, Kaffee entwässert, hält sich zwar hartnäckig, aber die Wissenschaft beruhigt. Beim moderaten Konsum bleibt man gut hydriert. Ein spannender Aspekt ist das Molekül Adenosin, das uns im Laufe des Tages in die Müdigkeit treibt. Koffein blockiert jedoch diese Rezeptoren und trickst unser Gehirn aus, sodass wir uns wach fühlen, aber nur für begrenzte Zeit. Etwa drei bis fünf Stunden später ist die Hälfte des Koffeins abgebaut, wobei der Abbau je nach Stoffwechsel schwankt. Während einige nach einem Espresso am Nachmittag noch ruhig schlafen, werden andere bis spät nachts wachgehalten. Ein Gen namens Adora 2AA entscheidet mit, wie sensibel wir auf Koffein reagieren. Manche brauchen schon am Nachmittag die Koffeinbremse für einen ruhigen Schlaf, andere können auch spät noch genüsslich einen Kaffee trinken. Langfristig gewöhnt sich der Körper jedoch daran und regelmäßige Kaffeetrinker brauchen nach einer Weile eine stärkere Dosis für den gleichen Wachkick. Bei vier bis fünf Tassen pro Tag ist der Grundpegel an Konzentration in der Regel stabil. Doch Vorsicht, ein anhaltendes Schlafdefizit lässt sich damit nicht dauerhaft ausgleichen. Kaffee hat nicht nur Koffein im Gepäck, sondern auch Antioxidantien wie Polyphenole, die Zellen schützen und entzündungshemmend wirken können. Dies könnte helfen, Risiken für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs zu senken. Aber Menschen mit hohem Blutdruck sollten aufpassen, denn Koffein kann diesen noch weiter steigern. Aktuelle Studien zeigen außerdem, dass Kaffee die Aktivität des Proteins mTOR beeinflusst, welches den Zellalterungsprozess wie ein Schalter reguliert. Aktiviert beschleunigt es das Altern, doch Kaffee scheint diesen Schalter zeitweise umzulegen, was die Zellen jung hält. Also ein potenzieller Anti-Aging-Effekt, wenn auch mit einer Prise Vorsicht zu genießen. Kaffee gehört für viele fest zum täglichen Ritual, doch die Auswirkung von Koffein auf unseren Schlaf wird oft unterschätzt. Selbst wenn der letzte Schluck bereits am Mittag war, bleibt Koffein im Körper und beeinflusst das Nervensystem noch Stunden später. Mit dem Ergebnis, dass die Tiefschlafphasen kürzer und der gesamte Schlaf knapper ausfallen. Besonders sensible Menschen können sogar durch geringere Mengen unruhiger schlafen und nachts häufiger aufwachen. Studien zeigen auch, dass regelmäßige Kaffeetrinker Schlafdefizite schwerer ausgleichen können. In einem Experiment des jülicher Forschungsteams mussten Testpersonen mehrere Nächte lang kürzer schlafen, bevor sie eine längere Ruhephase bekamen. Die Koffeinverzichtenden erholten sich besser, während die Kaffeefans langsamer regenerierten. Regelmäßiger Koffeinkonsum könnte daher die Schlafqualität langfristig mindern, selbst am Wochenende. Die Fähigkeit des Körpers verlorenen Schlaf auszugleichen, leidet offenbar unter der ständigen Koffeinzufuhr. Hieraus lassen sich fünf Empfehlungen für den Kaffeealltag ableiten. 1. Filterkaffee aus schonender Trommelröstung bevorzugen Der industrielle Röstprozess verstärkt oft Säuren und Bitterstoffe, die den Magen reizen können. Trommelröstung ist da milder. 2. Kaffeekonsum generell reduzieren, um die Schlafqualität zu fördern und den Körper nachts optimal regenerieren zu lassen. 3. Den letzten Kaffee möglichst früh am Nachmittag trinken So hat der Körper Zeit, das Koffein bis zur Schlafenszeit abzubauen. Eine gute Methode zur Konsumreduktion. Warten Sie morgens nach dem Aufstehen etwa eine Stunde mit der ersten Tasse. Zu dieser Zeit wirkt das morgendliche Cortisol besonders wachmachend. Die Kombination aus Cortisol und Koffein könnte über den Tag verteilt sogar für mehr Energie sorgen. Ein ayurvedischer Hinweis, der luftige Vata und der feurige Pitta-Typ könnten empfindlich auf Kaffee reagieren, was ihr inneres Gleichgewicht stören kann. Für Unentschlossene, zu welchem Typ man gehört, bieten sich zahlreiche Online-Tests zur Orientierung an. Entkoffeinierter Kaffee kann eine gute Alternative sein, wenn man den Genuss ohne die stimulierende Wirkung erleben möchte. Doch entkoffeinierte Sorten können chemische Rückstände enthalten, die aus dem Entkoffeinierungsprozess stammen. Darauf werde ich in einem separaten Beitrag eingehen. Wenn Sie andere Kaffeefans kennen, die diese Infos brauchen könnten, leiten Sie sie gerne weiter. Denn auch wenn Kaffee das Leben schöner macht, ist es wichtig, die möglichen Nebenwirkungen zu kennen und bewusst zu genießen.